Der Heim, das erste Mal, wir sind bis jetzt alle bei Freunden gesehen auf den Ostern und jetzt haben die Söhne gesagt, jetzt wollen wir mal, dass der Osternhass bei uns daheim vorbei hüpft. Der soll noch einmal ins Appenzolle lang kommen. Es gibt am Karfreitag eigentlich den Brauch, wobei ich glaube, ich werde heute noch einmal viel angewendet oder viel praktiziert, dass man Eien über das Haus auswöft, am Karfreitag, Karfreitagseien und in die Wesen hinein, wenn es geht, auf dem Teer geht es nicht und die Eien, die nicht kaputt gehen, die habe ich dann mindestens ein Jahr lang. Ich habe es noch nie probiert, aber vielleicht probiere ich es auch. Ich habe noch nie mit einem Osserödler getötet, ich muss ganz ehrlich sein. Bei mir ist es also komischerweise, dass ich in der Familie alle verliere. Meine Eien gehen alle. Aromat, ja, Aromat oder auch einfach Salz. Salz ist ja gut. Ich habe es noch nie probiert mit Senf. Vielleicht, vielleicht auch mal mit Senf. Ja, ja, wenn Bratwurst esse ich auch mit Senf. Logischerweise. Weil ich habe ja auch nicht von Bratwurst. SRF 1 Es ist aber wahnsinnig. better, bis es gut Taco Uhr sein sollte. euer ... Untertitelung des ZDF, 2020